Sehr nice! Sehr, sehr nice! Test-Message Please ignore Yo Alles klar Der Name, Alter Happy Saturday Yo Kiki Yo Kiki Oh, nach dem Game mach ich mir erst an der Pizza, Alter Ich bin Hunger Ohne Scheiß, ne, guck dir mal den Namen von Siljen an Project Lazarus Cork hat auch einen sehr interessanten Namen Karamellpanda Woran man erkennt, dass die Leute Deutsch sind Ja was Geil Yeah Ja Ich mag Korki nicht Ohhhh Hauptsache er knallt mir erst mal drei Autohuts rein, Alter Ja Wenn er auf Autohuts geht der Arsch, ne? Ich denke er wird, warte mal Dann knall ich seine Mutter Ja doch, ich glaub der geht auf Ad Das ist normal Das ist normal, dass man das erste Item Ad geht, ne? Nein, aber er hat auch keinen AP Runen oder so dabei, wenn du mal seine Stats anguckst Lel Ja Ja Aber auf Level 3 machst du mal Ganky Reno hier? Weil wenn ich Level 3 bin, dann mal nicht Gehst du erstmal Top lane? Na ja, dann danach halt Ich bin ja jetzt erst Level 3 Ja Ich mach Krabbe, dann komm ich meine Ja, er ist auch ein bisschen low grade Ja, sehr geil Weil er zwei Tore jetzt gefressen hat Ich bin da Ja Lass ihn, lass ihn, lass ihn Na, ein Flash raus Alles cool Guck mal, schon zwei Flashes gebaitet, Alter Sind drei Minuten Der Main Mein Problem ist jetzt, dass ich keinen Mana habe Beziehungsweise nur wenig Glaubt ja, ungewordet Die Gegner haben Khazix als Jungler Ja, ohne Mastery Keystone Ja Ja Jetzt geht der Base, man Schad's auch Archi Wie kann er es wagen? Echt so? Geht doch gar nicht, ey Oh, mit Vi Die Raptoren machen Ist so angenehm, ne? Hm, ich weiß So geil Ich hab Vi auch schon mal gespielt, stell dir vor Ja, aber ich mein nur so Im Gegensatz zu allen anderen Junglern so Gehranga geht eigentlich auch noch voll klar mit seiner Queue Weil du auch nicht hochskillst, weißt du? Ja, aber es reicht halt, dass du denen nur noch ein Outfit machen musst Beispielsweise und dann ist gut Ja, geht so Weißt du, dass du dann die Kleinen halt Du springst rauf, wartest, dass die alle rankommen Machst dann halt deine Stacheln Du kriegst ja auch ein Heal dadurch auch Was auch nochmal gut ist Und dann sind die eigentlich so low Du musst dann halt vielleicht alle nochmal einmal hitten oder so Aber da fahrst du den großen Vogel Der ist ja dann isoliert Und den kannst dann runterknaggeln Ja, der große Vogel macht ja auch kein Damage Das sind ja die Kleinen, die so abfacken, weißt du? Ja, weil jetzt so viele sind aber auch nur Ja, eben Ja, wie viel sind da sechs, glaube ich, ne? Zu viele Ja, eindeutig Nicht wie viele sind das, sondern zu viele Ja, okay K-6 noch nicht einmal gesehen Ja, da wird wahrscheinlich farben Dadurch, dass er jetzt keine Mastery Keystone hat Weißt du nicht, ob das bedacht war, so? Oder halt Ja, das ist die Frage halt Ja, das ist die Frage halt Ob er die anderen Effekte, die es früher gibt Ob er sich Ob er die, die wir mit Absicht dabei haben will Ja, klar Alles klar Korki macht Offensive Play Oh Gott, Kha'Zix Wo? Nicht da oben Huuuuh Huuuuh Die überflaschen Huuuuh 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 Es kann doch nicht angehen, dass ich meinen Käfig die ganze Zeit verreiße Doch Huuuuh Ich mach Krab, dann komm ich nochmal mit Sache ist er versteckt sich halt gut hinter den ganzen Minions, dass ich meine Kuh nicht trache Ja, da warst ne weh Und da? Ja, Moment Danke Leute, das war fast platt, Alter Leute, Alter, was? Alter Denk ich mir auch so, jetzt erst Leer Wow Dann kann man ja mal machen Ja, so ein spätes First Blood Come on Come on Er schmack Weggehen Er hat jetzt ein Ding eingesammelt Von denen habe ich ja richtig Schiss, ne? Vor diesen Teilen, ey, wenn der auf uns Mit so'n Ding auf mich zustürmt Ja Ich bin Schiss vor Ähm, bist du rechtzeitiger Blue da, oder? Äh, ne, nimm ihn mal Ich brauche, ich habe nicht so die Probleme mit Blue eigentlich gerade Ich habe auch, ähm, Lost Chapter Von daher passt das eigentlich Weil so, die ganze Zeit Spam mit der Crew mache ich ja auch nicht Deswegen, also ich komme schon klar ohne Blue Mitte fehlt außerdem Wohl eigentlich wieder da sein müsste Oder, äh, äh, okay Äh, okay Ist doch noch mal Was? Eindeutig Er korkt ist ja gestorben Ja, war aber unexpected damage irgendwie Ich meine, ich dachte jetzt nicht, dass er so gar kein Damage macht, aber Ein bisschen weniger habe ich schon erwartet Deswegen bin ich noch weiter raufgegangen, aber Ja Ja Na gut Ist also So sieht's aus Egal, Geron hat den Kill noch bekommen Ich hab jetzt, ich hab jetzt Farmen, bin ich, habe ich aufgeholt Jo War wohl Eindeutig Ja, ich kann ein bisschen Damage im Turm auch machen Geron hat einen Double Kill gekriegt Ja, ich hab' ja Jetzt geh'n die Borderline weg, Alter Da ist ja der Corki schon Geryon hat jetzt so Red und Blue auf Ja, da kannste ich halt Alter Ja, Corki will mit seinen Raketen jetzt Ja, auf'n Sack gehen Ich habe auch keinen Plan, wie weit die Raintream in den Dingern ist. Na, weit. Mann! Oh, geil. Geron zieht jetzt Ding solo. Ja, das war doch ein Double Kill auch zu erwarten. Ja, aber ich meine, das ist eine Fiora, deswegen. Ich komme gleich Mitte. Ich habe gerade keinen Käfig ready. Ja, nach Krabbe. Achso. So, jetzt würde ich. Ja, komm, 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 komm. Ulti, was weiß ich. Okay, egal. Ich war lange nicht im Range-Käfig, deswegen. Ja, alles gut. Hattig auf deine Hilfe. Ich meine, wenn ich ihn gestern kriege und eine Q raufkriege, also so, dass die Minions halt nicht im Weg stehen, kriege ich ihn auch selber gekillt. Ich glaube, Karzix ist da irgendwo bei dir. Ich habe ihn ja gerade gepinkt. Achso, das, was du... Ja, ich dachte, das war die Botland, die gepinkt hat. Nee, nee. Aber wenn du das selber warst. Was gibt man mit Wein noch mal als zweites WoW oder E? Ähm, die Q als letztes, also die E. Nee, Moment. Quatsch, andersrum. Äh, nee, dieses, äh, was durchschlägt. Weißt du, das kommt als letztes. Erst kommt dieses Durchbrechen, bin ich der Meinung. Oh, okay, ich bin mir da jetzt nicht so sicher, auch deswegen. Ja, ich glaube, die E als zweites ist alles gut. Oh, lol, ich merke gerade, dass ich viel dabei habe. Oh. Ja. Nice. Ja, gut. Na, scheiße. Ja, Botland hat Tor. Was? Ja, die waren gerade zu dritt, Botlane. Ich habe meine Q irgendwie verhauen, obwohl ich irgendwie eigentlich fand, ich war in Range. Und meine Hitbox war irgendwie doch nicht so. Oh, Corki, Alter, na. Ja, Corki fehlt halt. Obwohl, wenn du in die Mitte kommst und ihn ulten könntest, ja, super. Vielleicht dachte ich ja, dass du deine Ult ready hast. Jo. Laufen wie ich. Weil der hat nämlich auch kaum Mana, der Junge. Hinter. Ja, dann kommt's auch. Oh, perfekt. Muss nicht mal ulten. Nice. Sehr geil. Hauptsache, die Botland ist jetzt einfach mal Toplane. Jo, okay, okay. Kann man hier mal machen, ne? Oh, jetzt sind K6. Ja, ich bin weg. Ich bin schon weg. Oh, mir fehlt so wenig Geld für Schuhe. Das ist ein Witz. Jo. Nimm den auseinander. Alter. Das Dammit hab ich selber nicht erwartet. Und die Fio ist Botlane gegangen. Ach, du Scheiße. Du musst... Also, ja, geil. Äh, ja. Mach doch den Tower in der Mitte. Ne, Mann, ich muss Tower in der Mitte. Ah, das ist... Außerdem kommt Korki wieder an. Ah, ich sehe so, Korko. So kommen Schuhe. Zack. Oh, ich hab Schuhe. Ding, 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 ding. Nice. Guys, you, I can't get free Charm now. Oh, Korki hat so ein komisches Pack dabei. Boah, Trash, Alter. Wie kacke bist du eigentlich? Map awareness. Neu. Oh, lol. Crit. Na, oh, Gott. Wie unlucky. Oh, Mann. Wie unlucky. Ah. Ich habe eben schon wieder eine Q vorhauen. Obwohl ich dachte, ich bin in Hitbox, Alter. Hä, Mann. Ich habe einfach die Hälfte aller Kills von unserem Team. Ja, Kiki. Und Keren hat auch drei Kills. Alter. Rotate better than us. They rotate better than us. Then change something on your rotating. Beziehungsweise sind auch der Potent einfach nicht so offensive. Als ob das nicht in Hitbox von dir war. Weil wenn die Kate auf dumme Ideen kommt, dann... Ja, Leute, rotate it doch denn mal. Weißt du, Nullen rum, dass die Gegner besser rotieren als wir. Ja, aber die Fios ist auch erstmal dumm und bleibt in meiner W stehen. Komm rüber, komm rüber, komm rüber. Und irgendwas? Ja, nice. Okay, die doch einfach. Ja, er hat Ulti drauf gehört. Achso. Von Dings. Hast du das nicht gesehen? Nee, er hat nicht gesehen. So. Alter, dieser Dings macht damage. No, Kasek ist geflasht. Geh du mal weg, nicht, dass du stirbst. Oh, hör dich vor. Kasek ist geflasht. There is a warp. Kommt die Blackswaffe? Wäre eigentlich zu empfehlen, aber die wollen lieber kämpfen, wie es aussieht. Du hast ihn alleine hin. Okay, nicht, wenn du mit so wenig Leben anfängst. Ich bin halt weigert, ich kann nicht so viel, ich mach nicht so viel damage am Drake. Ja, genug. Ich kann nicht, aber hier. Das war jetzt nicht nötig? Egal. Oh Gott, hier ist Kaseks. Oh Gott, als ob ich hab... Oh Mann. Warum flash ich bei sowas? Warum? Frage, nächste Frage. Nächstes Mal besser machen. Ja. Nur flash ich. Boah, genau, Alter, Corki, seine komische Ultikanon-Dinger da, ne? Junge, Junge, Junge. Überhaupt nicht übertreten. Ja, Jen, dann darf doch, Mann. Ja, er will den Farm haben. Boah, Alter. Kleines Kind, ey. Weißt du, anstatt da zu bleiben? Nein, ich renne jetzt mit hinterher, um den Farm zu kriegen. Alter. Ich kann alle, in der Mitte alleine kann ich auch nichts anrichten, hier, gegen die... Ja, Trash. Ja, ich komme gleich Mitte. Mach nur kurz Red War. Nein, nein, Red War. Red War. Red War. Okay, und Krabben, äh, Krabben. Was? Krabben. Krabben. Das sind mal diese perfekten Momente, wo dir noch so 20 Gold fehlen, und du denkst so, geiler Time-Wayne. Ja. Garen pelt es mal. Ich stehe, ich bin ganz klar, momentan, er kill mich will, ja, er mit Garen zusammen. Aber trotzdem soll der Garen mal die Schnauze halten, weil so geil ist er ziemlich... Oh, nee, er kann zwar reinlaufen und dann so, guck, mach nur Q und macht den Spin to Win, aber dann ist er auch ganz still tot. Das Problem. Ja, langsam, langsam wird er tanky. Ganz langsam. Ja, ist auch geil, dass ein kleiner kill will. Ich bin mir für meine Ult nicht mehr rangekommen. Hm. Ach, scheiße. Loll. Wie schnell hat der zwei Bomben geworfen gerade. Ich hab Angst, dass Kha'ix von der Seite kommt, ehrlich. Los, Kha'ix. Loll. nice jungchen kaitlin ist schon krass der kock ist auch gestorben durch dünnen garg ist Ja, ich versuch mal Botlane zu holen. Ich seh das schon kommen, dass ich wegen meinen Farmen keinen S rankriege. Ich steh 606, Alter. Ich bin an 12 von 16 Kills beteiligt. Mehr Killed als das gesamte Gegner-Team. Ja, die Kate ist jetzt halt übelst stark, müssen wir aufpassen. Ja, wenn du im Parieren drin stehst. Oh lol. Gut zu wissen. Das ist ein Stun. Das ist richtig. LOL, das war nicht drin. Na, weg. 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 Kha'Zix ist tot erstmal. Ja. Ja, wenn ihr den Botlane Turret einfach mal zieht. Die sind Mitte alle, ne? Mhm. Ja, dann kriegen wir den. Na, Garen macht manchmal so Spitz-Dinger, aber sonst... ganz chillig. ganz chillig. ganz chillig. ganz chillig. Was, Herr Droche! Ich krieg Korki hat Flash raus. Der musste sich mal ganz schnell aus meinem Stun rausflashen. Weil er weiß, dass er sonst tot ist. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Wie ist sie aus meinem Stun rausgekommen? Meine Q. Oh, Maxi, Alter. Sorry. Ja, sie war ja gestunnt, aber ich hab sie halt rausgekickt. Wie? 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 Wie, ey, diese Kate, ne? Wie die immer aus meiner I rauskommt. Ja, sie wird auch nie von meiner Q getroffen. Irgendwie. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Entweder ist sie Lucky oder ist ein Hexen. Hauptsache, ich kill den Kha'Zix einfach mal fast einfach so... Wupsala! Da war ja Kha'Zix und... Huch! Ja, der war hinter der Mauer und wollte Grump darüber machen halt, damit keiner von uns den kriegt. Dann hab ich den Stun getroffen halt, aber er war unsichtbar. Hab die W halt genau auf ihn draufgeknallt und die Q. Aber er hatte noch so einen von diesen Balken, die du hast in deinem Leben, hat er ein oder zwei gehabt maximal. Geil, Alter! Fast! Ja, ich stehe 808, hab jetzt meinen Sohn, ja. Ich glaub, ich werd nicht mehr sterben. Guck dir mal Kha'Zix vor Arm und... Genau! Sweet! Sweet, cheers! Das ist jetzt auch nicht der Beste! Aber obwohl... 70... Ne, 25. Minute, das geht besser auch als Kha'Zix. Ja, ich mein jetzt mein Farm, mein Farm. Ist auch nicht so der Beste eigentlich, aber... Ja, aber das... es geht halt. Es ist ausreichend, sag ich mal. Ja, wenn ich mir so den Farm von unserem kompletten Team halt gemeinern seh? Ne, ich hab dadurch, dass vorhin gefühlt 10 Minuten alle in der Mitte waren von uns, hab ich halt nix am Farm gekriegt. Ja, klar. So müde hat er's doch nicht getroffen, Mann! Loll! Ja. Loll, Quarki. Alles klar. Baron? Baron! Ja, komm, mach mal Baron! Boah, Jinn ist jetzt Kill-Guy, weil er jetzt ein paar Kills hat. Boah, Jinn ist jetzt Kill-Guy, weil er jetzt ein paar Kills hat. Du bist doch auch da. Ja, weil ich nicht will, dass er stirbt. Ja, okay. Weil, wenn Kazik kriegt eins gegen eins, ist er so, siehst du, hab ich dir was... Oh, er ist weg. Loll! Und ich hab Baron gekriegt. Weil du entweder nicht smiten wolltest, oder einfach kein Bock hast. Ne, ich glaub, glaub ich bei 300, äh ne, 833 oder so gesagt. Ich hab's nicht gesmited. Anstatt bei 800. Man macht halt 800 Damage. Eigentlich hätte ich halt nichts smiten wollen. Hast du's gesehen? Ne. Ich hab' bald fast... Ich hab' fast die Dings gefühlt. Ey. Ne. Ich hab' bald mal gestunden. Neu. Ich hab' bald fast mal gestunden. Äh, hat sie gestunden. Ja. Aber, äh, sie hat halt von Silien drauf gebildet. Ja. Denn als sie wieder... Sie hat drei Viertel Leben circa, ich hab's gebildet, ne? Ja. Ja. Es ist... Leute, Leute. Rein resuliert. Eheh, heha, heaci. NICHE! Nice, also. 포au. ich hab jetzt Level 4 Weiger, Isuki Isuki ich hab Weiger auch fast Level 4 You earned an Ashmi, no you're on Weiger yeah